so dann gehe ich mal hier aus dem menü erst mal wieder raus erst mal in den settings rein dann mit der pfeiltaste einmal nach rechts sender mit der ok-taste bestätigen dann einmal der pfeiltaste noch mal runter auf sender manager so dann gehen wir erst mal mit der pfeiltaste nach rechts auf sender verschieben ganz nach rechts bestätigen mit ok dann suchen wir uns den sender aus denen wir gerne verschieben möchten in dem augenblick wollen wir rtl haben so rtl rtl der rtl den hd ist verschlüsselt wir müssen den normalen rtl finden rtl 2 so da haben wir den rtl auf 129 bestätigen einmal mit der ok-taste dann wird er sozusagen angehackt dann gehen wir wieder ganz nach oben auf verschieben also erst mal wieder mit der pfeiltaste nach oben nach oben nach oben nach oben so und dann seht ihr auf verschieben drücken dann wieder die ok taste und jetzt öffnet sich hier noch mal ein fenster hier links und da auf den gewünschten programm platz eingeben auf den er verschieben werden soll in dem fall die vier und dann seht ihr schon ist es rot die eingabetaste und dann mit der ok-taste bestätigen und dann seht ihr hier ist rtl so einfach geht's mit der ok-taste